Wissen sollte uns glücklicher machen und nicht Sorgen bereiten. Es sollte aufregend sein und spannend, die Welt und deren Geheimnisse zu erkunden. Doch unser natürlicher, kindlicher Wissensdurst wird ausgenutzt. Bruchstückhaft vorgetragenes Wissen wird in ideologischen Mustern zusammengefasst und benutzt, um Ängste bei uns Menschen auszulösen. Ängste, alles richtig zu machen. Das frustriert. Und wir verlieren am Ende die Lust am Wissen. Richtig und falsch sind aber einfach nur unterschiedliche Perspektiven auf die Wahrheit. Du kennst es garantiert. Zwei Meinungen prallen aufeinander und beides ist aus der Sicht desjenigen jeweils völlig stimmig und in seiner Welt richtig. Und beide können voneinander lernen, Wissen schaffen. Weiterentwicklung ist nicht das Optimieren in Richtung eines fixen Ideals, sondern das stetige Entwickeln unseres Potenzials, was auch immer von der Umgebung abhängt, in der wir leben, was relativ ist. Gesundheit ist die stetige Anpassung unseres Immunsystems an die Veränderung im Leben. Eine gesunde Ernährung kann in einer Situation für den einen etwas mehr essen und für den anderen etwas weniger essen bedeuten. Scheinbar völlige Gegensätze. Aber in der jeweiligen Situation genau das Richtige. Es gibt oft keine absolute Wahrheit. Wissenschaft schließt niemand aus, bleibt offen und entwickelt sich selber immer weiter. Genau wie wir. Jede Erfahrung in unserem Leben birgt neues Wissen. Nur wenn du es schaffst, dein Gehirn aktiv und offen zu halten und nur wenn du es schaffst, im Moment präsent deine persönlichen Lebenserfahrung voll auszukosten, kannst du dein Potenzial entfalten. Das nenne ich wahre Freiheit. Eine Freiheit, die bereit ist, neues Wissen zu entdecken, zu selektieren und zu nutzen, um die eigene Lebenserfahrung zu einer kompletteren, authentischeren und intensiveren Reise zu machen. Das ist der Rohrspirit. Das ist der Grund für diesen Kanal. Wenn du bereit bist, wenn du mutig bist, die Mitte zu finden zwischen Denken und Fühlen, das Wissen mit der eigenen Erfahrung zu verbinden und ein zufriedenes, offenes und gesundes Leben führen möchtest, dann sei eingeladen, mit mir ein Stück des Weges zu gehen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Samu.